das ist natürlich schon das ist der Worms die Wormsung komm schon hoch mit dem in der Stadt ich bin ich bin ich nicht mehr bitte kommen große Vogel ja das geht ja aber sind eigentlich nur so hätte Schwarzmann da kann man mehr machen die Sokratis der Römer Markeith Helm haben das Thema ich habe früher Worms amagettung ich habe immer Worms Open Warfare 2 für den DS gespielt ich habe das für den PSB gehabt aber ich fand das nicht so gut weil ich finde die Effekte irgendwie nicht so schön wie bei den PC Worms man kann irgendwie selten von denen abspringen von den Köpfen schaut manchmal da fliegt er nur ein bisschen in die Luft aber springt nicht wirklich das ist das ist mir magisch das ist mir magisch mir am Abend das ist ich wünsche ich dass ich das ist auch die Buchstaben springen ein Jahr aber auch noch nicht n ne ich bin der Fall auch nur das ist sinnvollste stream der Wiesbauer der Konten 3 den je veranstalteten aber hey versuchen wir nicht was anderes ich habe schon einmal geschafft dass wir so eine Niederlage dass er sein wird nein ich muss anders es ist möglich so und jetzt haben wir schon so geschafft jetzt hätte ich schon einmal als 9 10 und das war ganz sicher es war ganz sicher was selten ist es war ganz sicher was Abnormales auch ganz sicher nicht der Weg den unsere Programmierer wirklich nehmen lassen will haben dürfen aber wir haben Ate will haben Ate ich will was haben will zu haben will haben aber auch so beachten wir haben die Serie die wir haben die B ich sag mal ebenso das ebay 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 üben 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 ebay das star tagebuch ich weiß das star tagebuch ebay das star tagebuch ebay die doko serie nein er springt nicht ab natürlich nicht ebay er und ich mal für ebay ebay und die die das war das war fast aber irgendwie kann ich nicht immer auf die Springen ja ich ich kann nicht für ihn abspringen das ist das ist naja das man ich habe mich weil ich bin ich sollte und ich will ab und es geht nicht ich habe aber es geht nicht ich bin er geht auch nicht dort fliege ich in die Höhe bis zu der geht auch nicht die DOS ist ein Buch und die Dirk nach Leisburg und die Dirk so wie das ist ein Wort sie können was ist es sich zu tun schießen a ich weiß also es war irgendwas als jahr ich glaube sonst und es gibt er so die wir jetzt die 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 ja das ist ja das ist dabei wieder ein paar minuten flieger Infoscreen? Nee. Du hast ihn angemacht. Was? Achso. Egal, ich glaub der ist irgendwie was. Ja. Infoscreen. Was kann man dazu sagen? You better watch out. Better watch out. Better watch out. Santa Claus is coming tonight. Mit seiner B-Band. Was? Infoscreen? Das erinnert mich an den Magic-Screen von Peewees. Playout. Ja. Da sagt mir eine Katze manchmal auch. Juhu. Nimm's. Geht nicht Enter. Tja. Dann gehen wir halt weiter. Toller Anfang. Will das haben. Will haben. Ich will das haben. Das ist ganz sicher. Oder wahrscheinlich ein Easter Egg. Weil wir es hier oben geschafft haben. Ja stimmt. Vielleicht gibt es so einen anderen Weg, den wir nicht gesehen haben. Und das ist der Easter Egg Weg. Easter Egg Weg. Easter Egg Weg. Easter Egg hin oder her. Wir brauchen jetzt Zeit. Zeit. Und Dunkelheit. Pokémon Mystery Dungeon. Und jetzt sterbt. Oh ja. Wenn du jetzt stirbst. Dann. Kann ich warnen. Kennen wir. Oder. Schiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiff. Möchelnwinken. Ender. Oder. Schiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiffschiff. Wenn Ender nicht geht. Dann müssen wir die Waffen weglegen. Wie ist das? Keine Ahnung. Oder. Strich oben. Ja. Oh. Oh. Hier das mal. Hier vor das Mal. Nae, aber auch wieder sind einee Rappel. Und sie ist für Kinder auch. pressen oder du stoppen aber das steht ja noch mal mit empty hands to be able to pick aber das können den trank nehmen und wenn wir den nicht erreichen oder wenn wir überhaupt nicht mehr runter können können oder wie geht man mal ich weiß nicht gedrückt halten topias gehen runter Prozent Köln ist eigentlich topias weil es ein Aspen ist gut betrankt wir werden ja hoffentlich nicht brauchen das ist der Untergang in den Bündel denn so wie lange genau aber eine Stunde Prozent um das jetzt um anledigen und ich sehe ihn nicht so schlecht dass es sehr wenig spielten würde das ist hier gar nix Prozent man nicht darunter am besten nicht mit dem Kumpfen die Menschen Angst zu sterben ich gehe jetzt weg jetzt gehe ich ja jetzt kann man endlich mal schauen dass sich hinter dem Tor verbirgt die Tor dritte Tor und wir gehen dann runterfallen meinen oder schreien wir haben es geschafft naja schreien vielleicht für den Secret äh Enter Secret Enter Zentralfriedhof, it's the Tower of Druaga Zentralfriedhof Zentralfriedhof, Produktionsfriedhof Quarkfriedhof Quark Friedhof Düsenfriedhof Quark Friedhof der Master of all evil you there I don't know you there are you responsible for all this where is the king ich mache die andere Stimme ok ha wenn sie eine böse Stimme ich war nur so betrunken I said where is the king? answer me you made a grave mistake in surviving was heißt er? Kazul Kazul Tobias you could have died happy ignorant of the truth er ist ein russischer Akzent ok na 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 so you know my name wer ist er? i your king war das jetzt das war als italienisch ups es ist mir es ist mir es ist mir ich verstehe er lacht glaub ich aber wir haben keinen Ton also wir müssen es nicht hören so you loyal ach wie macht heavy diese Stimme? kennst eh heavy ja so ach ich krieg die Stimme nicht denn ich mache Fritalienisch so loyal you are Tobias you can't even guess the truth when it stares in your in the face what truth that i am no longer the noble and big 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 king king so but the future guffer of ha 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 the future guffer of the world so ruler but the future ruler of the world you see Tobias for twelve years I've been secretly experiment experiment experimenting with the darkest magic known and finally have unleashed it oh yeah ouch oh aw w come on ask tak wo wo to what people are